Für günstige FIFA Produkte checkt gerne IGFORT ab, mit dem Code PAINTS bekommt ihr nochmal 3% auf alle FIFA Produkte. Checkt dafür einfach nur den Link in der Beschreibung ab und jetzt geht's los mit dem Video. Okay Leute, bevor das wirkliche Video beginnt, jetzt gleich werdet ihr nicht mehr meine Stimme hören, heute mal ein Gastcommentary, das erste Mal sowas auf meinem Channel. Und ja, ist mir direkt eine Serie eingefallen, ich hab Bock auf sowas. Der liebe Cardsox hat mir einfach mal auf Twitter geschrieben, wir kannten uns nicht, ob wir mal zusammen ein Video aufnehmen können. Und da ist mir auch egal, ob ihr 0 Abonnenten habt oder 10 oder 20, wenn ihr Ahnung ein bisschen vom Trading habt, können wir sehr gerne was aufnehmen. Und dann dachte ich mir, komm, hab ich ihn einfach mal gefragt, ob er alleine was aufnehmen will und es auf meinen Channel hochladen will. Da hat er zugestimmt, hat jetzt ein Flipping Video aufgenommen. Er kann Flipping so gut, dachte ich bin ganz okay im Flipping, aber gegen ihn bin ich noch scheiße im Flipping. Also checkt das Video ab, hört genau hin, ist sein erstes Commentary glaube ich überhaupt gewesen, sowas YouTube angeht. Deswegen, wenn da oder hier mal ein kleiner Fehler ist oder so, seid korrekt, hört ihnen einfach zu danach. Auf jeden Fall habt ihr viel mehr Ahnung vom Flipping, wenn ihr ja nicht so viel Ahnung habt. Und wenn ihr auch Bock habt, auf diesen Channel mal zu sein mit einem geilen Trading Video, schreibt mir auf Insta, Twitter. Und dann könnt ihr mir gerne mal ein Trading Video von euch schicken und so, ich schaue es mir an. Wenn es echt ein gutes Trading Tipp ist, können wir ja machen, dass ich mal jeden Woche Freitag vielleicht so ein Trading Video hochlade von euch. Euch in die Beschreibung verlinke und ja, somit einen kleinen Push gebe. Und auch hiermit nochmal Leute, er hat 88 Abonnenten, macht ihm bitte die 100 Abonnenten voll. Bleibt bei ihnen aktiv, wer bei mir aktiv ist, soll auch bei ihnen aktiv bleiben. Ich weiß ja, wer bei mir immer unten in den Kommentaren aktiv ist. Zum Beispiel so ein, ich glaube Emre, Bruder, Grüße gehen raus, du bist immer am Start. Und ja, checkt ihn ab, lasst ihm ein Abo da, bleibt auch bei ihnen aktiv. Dann sehen wir uns morgen mit einem Teambewertungsvideo und ja, dann bis morgen, haut da rein. Herzlich willkommen bei einem Video von mir. Heute soll es mal um das Thema Flippen gehen. Wie ich flippe und was ich, wie ich es genau mache. Zuallererst flippe ich in einem Zeithorizont von 0 bis 24 Stunden. Das heißt, ich kaufe an einem Tag die Spieler ein, verkaufe sie wieder bis zum nächsten Tag. So mache ich das jeden Tag und habe jeden Tag wieder meine Coins und kannst sie jedes Mal wieder neu zum Flippen benutzen. Und ähm, Flippen klappt eigentlich bei jedem Spieler, denn ähm, jeder Spieler hat Trends. Sie steigen, sie sinken und das jeden Tag. Manche Spieler steigen mehr, manche weniger. Zum Beispiel, bevorzuge ich Spieler, die nicht mehr in Packs sind, da die dann halt nicht mehr zu ziehen sind und dann auch seltener gibt. Genauso ist es, wenn ähm, die Spieler aus einem älteren Team of the Week sind, sind die nicht mehr so viele, äh, gibt es nicht mehr so viele auf dem Markt. Und deshalb gibt es natürlich weniger und die Spieler schwanken umso mehr dann. Schauen wir uns zum Beispiel jetzt Grießmann an. Grießmann, ähm, zwar gehen wir hier auf 480k selber, also man konnte ihn um 10 Uhr oder 11 Uhr für 480k verkaufen. Ich hatte ihn sogar selber, glaub, habe ihn für 485k verkauft. Also, man muss beachten, dass natürlich die Graphen nicht genau sind. Also, wenn ein Spieler verkauft wird für 480k, wenn es dort steht, dann kann es auch sein, dass welche mit 485k verkauft werden. Denn, ähm, Foodpin nimmt ja immer nur den durchschnittliche Wert in einer Stunde. Und hier kann man dann, ähm, für 450k einkaufen. Und das ist, passiert jeden Tag und dadurch, wenn man jetzt zum Beispiel hier für, hier für 450k einkauft und dann am nächsten Tag wieder für 485k verkauft, macht man allein schon Gewinn von 10k. Und hier ist nicht genau, weil ich genau weiß, weil ich auch, ähm, selber eingekauft habe bei Grießmann, konnte man für 440k oder billiger einkaufen und konnte man für 485k verkaufen. Das macht dann ungefähr 20-25k Gewinn. Schauen wir gestern nochmal rein, vielleicht ist da ein bisschen deutlicher, genau, für 440k kann man einkaufen und dann für 480k plus verkaufen. Und das klappt sozusagen mit jeder Karte, wie ich schon gesagt habe. Mit zum Beispiel Grießmann klappt es ziemlich gut, aber zum Anfang, wenn ihr es anfangen wollt, würde ich eher kleinere Spieler nehmen. Wie zum Beispiel, Davinson Sanchez zum Beispiel, können wir uns auch noch anschauen. Ähm, er liegt jetzt bei 91k. Er war heute bei 85k, konnte man direkt wieder für 93k verkaufen. Ich habe meine für, ähm, hier zum Beispiel für 95k, konnte man wieder für 86k einkaufen. Macht man pro Karte immer 5k Gewinn. Ähm, also abzüglich der Steuern. Ja, ich würde so sagen, man sollte ungefähr 10% pro Karte mehr dann verkaufen, dass man so 5% pro Karte, ähm, Gewinn macht. Also, wenn man zum Beispiel, ähm, 2 Millionen K, mit 2 Millionen K flippt, sollte man schon über 100k dann am Schluss rauskriegen. Sonst ist das, sagen wir mal, nicht, nicht wirklich gut. Also, da müsste man sich vielleicht mal andere Spiele anschauen. Außerdem kann man natürlich auch auf jede Karte bieten, um die noch billiger, um die noch billiger zu bekommen. So, jetzt zeige ich kurz mal, welche Karten ich geflippt habe, gestern Nacht oder über heute Morgen. Und zwar Techea, Modric, Lewandowski, Silva. Ja, überall über 5%. Hier bei Sergio Busquets hatte ich weniger. Das liegt auch daran, dass er nicht so spielbar ist. Dann Reutz habe ich für 114k erboten. Werden dann, glaubt, 10k gewinnen. Ich hätte, man hätte ihn auch für 135k, glaubt, verkaufen können. Hier mal Tweedy für unter 130, glaubt, bekommen. Warcup für 180 bekommen. Einer für 175, glaubt. Dazu noch mehrere. Sanchez für 93, für 94,5 habe ich alle für 85k bekommen. Also, auf jeden Fall 5k plus Gewinn. Cuadrado bis 70k habe ich den mitgenommen. Und ja, Sanchez hatten wir schon. Walker jetzt noch für 197k verkauft. Ja, ich habe, glaubt, 3 Millionen investiert. Nicht ganz. Habe auf jeden Fall 150k rausbekommen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich kann euch kurz mal zeigen, mein Transferlös. Ich habe nur FIFA Points gekauft. Und bin jetzt beim Transferlös von... In der Woche habe ich jetzt 2,5, glaubt. Von 15,2. Lässt sich auf jeden Fall sehen. Habe auch keinen einzigen guten Spieler gepackt. Der beste war 50k wert. Also, falls ihr denkt, ich habe schon 10 Icons gepackt. Ja, dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich ja gerne anschreiben. Haut rein. Ich habe euch ja gerne auf die Tür. Ich habe ja gerne auf die Tür. Vielen Dank.